Hallo zusammen, hier ist wieder Deutscherla und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal zeigen, wie man extra Flugpunkte freischalten kann, die einem vielleicht so ein bisschen weiterhelfen können, wenn man am Worldquest machen ist und nicht immer ewig rumlatschen möchte. Und zwar zeige ich euch mal kurz auf der Map, wie das bei mir als Allianzler hier einmal bei den Hordengpieten aussieht. Und zwar seht ihr, dass ich hier doch einige Flugpunkte angezeigt bekomme, die ihr vielleicht nicht habt. Und zwar können wir jetzt hier mal grob drüber zählen. Ich habe hier das Basislager, habe ich einen Flugpunkt, zwei, drei, vier, fünf, dann sechs, sieben, acht, neun, zehn Flugpunkte. Die habe ich jetzt alleine in diesem Gebiet, also sprich hier in Zuldasa. Und ehrlich gesagt, in diesem ziemlich bergigen Gebiet, beziehungsweise auch durch die Hauptstadt ziemlich getrennten Gebiet, ist es sehr, sehr nice, vor allem beim Worldquest machen oder auch wie ich beim Archäologie machen, aber das wird wahrscheinlich die wenigsten interessieren, quasi so viele Flugpunkte zu haben. Und die kann man sich zusätzlich freischalten, diese Flugpunkte, nicht, dass man hinläuft und sie quasi aktiviert, sondern man braucht gewisse Spähberichte, um sich diese Flugpunkte freizuschalten. Und das ist nicht nur hier in Zuldasa, sondern auch in Nassmir habe ich extra Flugpunkte. Da sind es jetzt nicht ganz so viele, da sind es, glaube ich, nur zwei zusätzliche. Und in Vuldum sind es dann aber auch nochmal ein, zwei zusätzliche. Wie das Ganze funktioniert, und zwar sowohl die Allianz kann auf Zandala Flugpunkte freischalten, zusätzliche, als auch die Horde quasi auf Kultiras, also immer auf dem feindlichen Kontinent, beziehungsweise Insel, ich weiß gar nicht, ob es als Kontinent klassifiziert wird, kann man sich zusätzliche Flugpunkte freischalten. Wie funktioniert das? Und zwar, man braucht Ruf bei seiner quasi Christkampagnen-Fraktion, bei der Allianz ist es, wie ihr unten seht, bei mir siebte Legion, und bei der Horde sind es die Eidgebundenen. Da gibt es jeweils einen Rüstmeister, und zwar ist es der hier, und der hat Spähberichte. Ihr seht, bei mir sind jetzt hier keine Spähberichte mehr vorhanden, weil ich alle Spähberichte bis jetzt gekauft habe. Nachdem man sie gekauft hat, kann man sie einsetzen und kann sie quasi hier einmal bei seinem Missionstisch eine Mission losschicken. Sobald man die Mission erfolgreich abgeschlossen hat, kann man quasi eine Quest annehmen, und diese Quest bringt einen dann dazu, dass man auf den feindlichen Kontinent muss und dort dementsprechend dann in das Lager gehen muss, das aufbaut, quasi, indem man die Quest dort abgibt und dann den Flugpunkt hat. Ich kann euch das jetzt auch mal grob zeigen, und zwar habe ich auf der Horde hier schon, meinen anderen Char vorbereitet, der das eben noch nicht getan hat. Und zwar seht ihr, dass ich jetzt hier bei den Eidgebundenen bin. Da haben wir den Rüstungshändler quasi von denen, und hier seht ihr auch diese Spielberichte. Und ihr seht, hier haben wir eine Mission, dass ich quasi in Tierregardesund eine Basis aufbauen kann. Hier haben wir einen Drustwar. Zwei gibt es immer schon ab dem Ruf Wohlwollen. Und dann seht ihr, hier gibt es nochmal ab Ruf Respektvoll noch weitere. Die Wohlwollen-Dinger kosten 50 und die Respektvoll kosten 100. Ich glaube, auf der Allianz war die Verteilung etwa genauso. Also ich glaube, man hat ja auch zwei und hier fünf. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Es waren auf jeden Fall einige Missionen, die man machen konnte. So, ich möchte euch jetzt mal zeigen. Ich kaufe jetzt mal einfach hier mit dem die beiden Berichte. Ich habe mit dem komischerweise nicht mehr viel Ressourcen. Ich hätte fast Ordensressourcen gesagt. Die heißen jetzt Kriegsressourcen, glaube ich. Ist aber wurscht, wie die heißen. Jetzt können wir ja mal gucken, wenn ich jetzt hier mal draufklicke auf meinen Missionstisch. Ihr seht, ich habe zwei im Gange und zwei sind verfügbar. Und wenn ich die Dinger jetzt hier einsetze, machen wir mal eins, zwei, dann drücken wir hier wieder drauf. Und ihr seht, ich habe jetzt hier nochmal zwei neue. Und das sind einfach eine Mission, die ich losschicken kann. Und dann kriege ich quasi den Außenposten im Tieragardesund bzw. hier in Drustwar den zusätzlichen. Ich habe das bei Allianz alle gemacht. Es ist so, in dem Außenposten kriegt ihr keine neuen Quests oder irgendetwas Tolles. Ihr geht da wirklich, also ihr schließt die Mission hier ab und geht dann wirklich nur zu diesem Außenposten hin und gebt es ab. Und das war's. Ihr habt wirklich nur diesen Flugpunkt. Also wenn ihr euch davon hofft, dass ihr extra Ruf kriegt oder neue Quests da dort, das könnt ihr vergessen. Ihr könnt es einfach vergessen, weil ihr kriegt damit nichts. Ihr kriegt wirklich nur den Flugpunkt, aber den habt ihr für immer. Und das kann, wie gesagt, für World Quest sehr interessant sein. Ich kann euch nur eins, zumindest bei Allianz, auf der Allianz-Seite sagen. Es gibt hier diesen Flugpunkt, hier unten, in der Pampa. Und dort, hier irgendwo, kriegt ihr so zwei Elite-Quests, wo ihr so Rares killen müsst. Und die bringen jeweils, diese Quests bringen jeweils 250 Ruf. Und die Quests könnt ihr erst abgeben, wenn ihr diesen Punkt habt. Die Quests kriegt ihr ganz, also ich habe ganz am Anfang hier erkundet, habe die Quests angenommen. Und hatte immer hier die Abgebepunkte gehabt. Also das Ausrufe, nee, Fragezeichen ist Abgabe, ja. Ich spiele noch nicht so lange wie AWW, ich weiß das nicht. Hatte hier quasi den Punkt und konnte es nicht abgeben, weil ich die Base nicht hatte. Also da wird einfach nicht richtig gefacet. Und erst wenn man die freischaltet, kann man die Quest abgeben. Sonst ist mir aber nicht bekannt, dass es irgendeinen anderen Vorteil hat, außer die Flugpunkte. Wie es bei der Horde ist, kann ich nicht sagen. Da habe ich sie, wie gesagt, jetzt noch nicht freigeschalten. Ich nehme aber jetzt mal grob an, dass es einfach genauso ist wie Valianz, dass man wirklich nur die Flugpunkte kriegt. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Inhalt des Videos. Ich hoffe, der eine oder andere, der das vielleicht noch nicht wusste und sich denkt, hey, ein paar mehr Flugpunkte wären ganz praktisch beim Rumfliegen. Vor allem bei der Horde denke ich es mir, dass ich es jetzt mal langsam angehen sollte. Denn vor allem, wenn ich hier drüben im, halt jetzt haben wir zu weit gedrückt, im Teregadesund bin. Und ich glaube, ich habe hier, hier einen und hier und ich hätte gerne irgendwo hier nochmal einen Flugpunkt, weil man teilweise von da nach da schon langläuft oder einmal über Boralus rauf muss und es nervig ist oder irgendwo hier unten hätte ich ganz gerne einen, dann wäre das ganz cool eigentlich, ja. Aber mal gucken. Oder hier in Drust war, da hat man hier und hier einen Flugpunkt, aber wenn du nach hier hinten willst, dann läufst du erstmal eine Weile oder hier, ja. Also hier irgendwo ein Flugpunkt wäre noch ganz cool. Vielleicht gibt es da sogar einen, ne. Muss ich mal gucken, bis ich meine Mission durchgemacht habe. Gut, jetzt ist das Video schon wieder viel zu lang geworden. Ich hoffe, die Information ist angekommen. Wenn euch das Ganze getaugt hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.